Hallo meine Lieben und Herzen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie man sehen kann, die neue Saison hat begonnen und ich bin gerade mit meiner Tochter, die werdet ihr jetzt im Video natürlich nie sehen, mit meiner schicken Drohne unterwegs. Kleinen Moment mal kurz. Das ist meine neue Drohne, das ist die DJI Mavic Air 2 und ja, sehr zufrieden, gerade ein paar Testaufnahmen gemacht und ja, ich muss sagen, wirklich ein super Gerät, es gibt jetzt auch noch die ganz neue, die Mavic Air 2S. Die kann er natürlich noch ein bisschen mehr, aber ich sage mal, für den normalen Gebrauch und für wunderschöne Aufnahmen, die ihr jetzt gleich sehen werdet, reicht das auf jeden Fall aus und das ist wirklich ein Top-Gerät, was ich wirklich nur empfehlen kann, ist jetzt keine Werbung für DJI, aber ja, für den Hobby Drohnenpilot und auch für den beruflichen Drohnenpilot lohnt sie sich auf jeden Fall und ja, die schicken Bilder werdet ihr jetzt sehen, die ich beim Jungfernflug mit der Mavic Air 2 gemacht habe und ja, ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns gleich dann wieder zurück. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Peace meine Freunde, auf wieder Tschüss Und im Hintergrund läuft gerade meine Tochter, sehe ich gerade, zum Glück mit dem Rücken